Nesdegg, ähm, was ist das? Well, ich verstehe nicht die Grown-up-Werld. In any case, it wasn't a wonder at all, is what you're saying, right? Nope. But how about this next one? Hey, Mister, do you want to keep doing this? Weiter geht's. Okay, next wonder, the third wonder, is a little dangerous. Mountain Evil is home to a lot of dangerous monsters. Hab ich gemacht. Hm-hm. Or the Bombs. And so, rumor has it, one of the Bombs is different from the others. It's a Bombs, but it doesn't have a Bombs face. It just has a different look. Weird, right? Huh? You already know? Yep. Wow, it's the gold shard! So it does exist. So I guess this wonder was real. Here's my thanks. Schutz, bitch. Then, maybe the fourth wonder is real too. There's a rumor about a laughing safe. Yeah. Scary, right? Hab ich auch gemacht. Do you know Shinra Manor? It's a really old mansion, way in the back of town. My friends and I call it the Haunted Mansion. So they say there's a safe inside this mansion, and every night you can hear eerie laughter coming out of it. But get this, no one knows the code to open the safe, so we can't check what's inside. So the fourth wonder is, the laughing safe. You have to figure out the code, open the safe, and find out who or what is laughing in there. So it was just a cactar? Bummer. I guess it got trapped in there somehow. Maybe it wasn't laughing. But was actually trying to call out for help. So if that's the case, maybe what we did was a good thing? Now for the really good stuff, the fifth wonder. This one is a really spooky story. It's a mystery buried deep in the earth. Did you know there are caverns beneath Shinra Manor? They say you can hear these blood-curdling groans coming from there. But you have to use these secret stairs from the mansion's second floor to get down there. They say a soldier guy named Sephiroth has the key. Damn it. That's the fifth wonder. Go check it out. Did you know there are caverns? They say what? They say is that's the... Also, warten bis die Firoth Bock hat. What are you looking at? This landscape. I could swear I've seen it before. Tifa, you're our guide. At your service. Okay, here we go. When they talk about the best guide in town, they're talking about me. It's too dangerous. Pip. There's no way I can let you get involved in this. She'll be just fine if you protect her. Stay back. It's just unconscious. Or do you actually want to get eaten? Use brings wear, tear, and rust. That's why I use the blunt side. I want to go too, please. This is a top-secret facility. Non-Shinra personnel are not permitted. Keep the young lady safe. Jenova. Interesting. The door is... Sealed, of course. Jenova? This is the cause of the malfunction. This section is broken. Zack, go seal the valve. Why did it break? What the fuck? You average soldier members are Mako-infused humans. You're enhanced. But you're still human. But then, what are those things? Their Mako energy levels are exponentially higher than yours. Are they... Monsters? Yes. The Shinra scientist Hojo was the one who created them. Abomination spawned by Mako energy. That's what monsters are. You said average member. What about you? What's happening? Hey, Sephiroth. Hey, Sephiroth. Could it be that I was created the same way? Am I the same as these monsters? Genova. Genova. Ich wusste, seitdem ich ein Kind war. Ich war nicht wie die anderen. Ich wusste, dass ich meine, eine spezielle Existenz war. Aber das... Das war nicht das, was ich bedeutet. Ich bin... ein menschlicher Mensch? Kein Glück. Du bist ein Monster. Sephirah. Du warst das größte Monster, das von dem Genova Projekt erschaffen wurde. Genesys. Also bist du жив. Ich glaube, dass ich das, wenn du das leben kannst. Was ist das Genova Projekt? Das Genova Projekt ist das Wort benutzt für alle Experimenten. Genesys. Nein! Genova wurde von einem 2,000 Jahre altes Rock-Layer. Sie ist ein Monster. Sephiroth. Ich brauche deine Hilfe. Mein Körper geht weiter. Soldat der ersten Klasse. Sephiroth. Genova Project G. Gave birth to Angeo. Und Monster, wie ich. Genova Project S. S? Es benutzt die Schmerzen von vielen, verabschieden, um ein Monster perfekt zu creieren. Was willst du von mir? Seine Fähigkeiten können nicht zu anderen werden. Seine Fähigkeiten können nicht zu vermeiden. Deshalb kann dein Körper nicht zu vermeiden. Was ist mein Lieblings? Ich bin ein Lieblings-Layer. 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 Es macht keine Unterschiede. Du wirst rutsch. Ich verstehe. Ein perfekter Monster. Als die Krieg der Geist bringt die Welt, die König schlägt aus dem Himmel. Wings of light and dark spread afar. Sie guider uns in der Leid. Her gift everlasting. Nein! Stop! Junge! More of these! Activate in combat mode. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. No! I might die. Oh! Never mind me. Oh fuck, das ist so fölklich. Nein. Oh fuck, das ist so fölklich. Da geht's. Oh ja. Sehr sehr lucky gewesen. Er versucht mich zu schützen. Ich weiß. Tifa, bleib bei mir. oder? Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß, wie es ist. Du schätzt. Du schätzt. Kau mal? Oh ja. Was sieht es denn hier aus drüben? Ermöglicht im Austausch gegen TP Angriffe die Schaden verursachen, der die physische magische Abwehr ignoriert. Aus der schwarzkunst etwas? Aus der schwarzkunst etwas machen? Ja, aber man konnte aus Graviga und Analyse Schwarzkunst machen. Was man aus Schwarzkunst generell machen kann. Sprengklinge. Uh, das siehst sich gut. Seismos ermöglicht den Einsatz spezieller Angriffsmagie. Hier kann man auch Hochsprung bekommen. Hochsprung kann man auch was Bestimmtes machen. Bisher gefällt mir die Sprengklinge am besten. Vom Lesen her, mal sehen. Grückswetterhöhen. Guteswetterfrager. 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 Okay. was noch besseres daraus machen wo sie denn die spreng klinge schon super teuer aber tod klinge sprengen 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 nicht so aus zumindest not at this point ich hätte vielleicht für mehr fp gehen sollen oder das ist fein keine eile yo yo Ja nun Ja nun Activating Combat Mode Bam Complete Resolve Activating Combat Mode Complete Resolve Oh plus plus auch noch Activating Combat Mode Eing Complete Resolve Oh yeah Activating Combat Mode Oh yeah Complete Resolve Oh yeah Oh yeah Zool. Zool. Activate in combat mode. Complete Resolve. Oh yeah! Sephiroth, wo gehst du? Was ist passiert? Entschuldigung, ich kann es nicht sagen. Ich dachte so. Ich frage die Stadt über Sephiroth. Danke, Tifa. Tifa ist sicher. Keine Angst. Wenn ich nur Soldier wäre. Zack? Soldier ist wie ein Dänen von Monster. Keine Ahnung. Was ist passiert? Ich weiß nicht, Mann. Ich dachte, ich wusste, aber... Aaaaaah! By the way, du kennst dich Tifa? Kindlich. Du sprachst mit ihr? Nein. Ich fühle mich ein paar Probleme. Ich fühle mich nicht. Du solltest nicht etwas tun? Ich will sprechen. Ich habe so, ich habe so, ich bin mit Soldiers. Das war alles. Ich habe so, ich mache. das ist jemand anderes. Was passiert? Was passiert? Wer ist der Beste? Es macht nichts Sinn? Mir macht nichts Sinn! Hey, Zack, I really like that sword. It's impressive. Use brings about wear, tear, and rust. And that's a real waste. You're a little more important than my sword. But just a little. Peep. Ich habe es geschafft. Danke, Cloud. Genau! Ich werde crashen. Nacht! Ich werde noch ein bisschen mehr resten. Nesdeg ist weg. Wenn du Lust hast, hättest du Lust, heute zu mir nach Hause zu kommen? Meine Mutter kocht einen fabelhaften Eintopf. Es ist nur so, dass ich mich seit unserer Ankunft hier noch nicht zu Hause habe blicken lassen. Da es mir etwas unangenehm ist, dachte ich, du könntest mir Gesellschaft leisten. Ehre. Geht es dir verletzten Infanteristen gut? Ich mache mir Sorgen, denn er schien ziemlich schwer verletzt worden zu sein. Wie gut, dass du da warst, Zack. Soldatkämpfer sind wirklich sehr stark. Ich würde mich freuen, wenn du mir bei Gelegenheit mehr von euch erzählen könntest. Es gibt da etwas, das ich dich fragen möchte. Geht es dir. Guten Tag, Herr. Willkommen. Guten Tag, Herr. Willkommen. Sephiroth ist in Shinra Manor. Du sprachst über die große Mansion? Ja, Shinra hat es lange gewonnen. Wir von Rotleder halten in letzter Zeit immer wieder Meldungen von Genesis Sichtungen. Sollte Genesis trotz der Meldungen, er sei im Kampf gefallen, doch noch leben? Und hat er denn eventuell das Rätsel um das Geschenk der Göttin gelöst? Ganz gleich was er tut, Genesis wird immer richtig liegen und verdient daher unsere Unterstützung. Hört doch keiner zu. Und? Uh... Listen. Now's not the best time. I'll call you later. No, no. You don't have to. Okay. I'll come visit. I'll be here. I'll see you. I promise. Aerith, I'll be back soon. To get to Shinra Manor, go up the stairs ahead. Then go left. I'll show you. Hey Zack, geht's dir gut? Den Einsatz dauert ne Ecke länger. Was? Dein Einsatz dauert ne Ecke länger? Als ich erwartet hätte. Deswegen dachte ich mir, ich könnte für dich auf Aerith aufpassen. Aber mit dem Job scheint schon einer von den Turks beauftragt worden zu sein. Jedenfalls habe ich etwas mit Aerith geplaudert und sie erzählte mir, dass sich ein Rad des Blumenwagens gelöst hätte. Ich habe ihr Angebot, den Wagen zu reparieren, aber sie meinte, das wäre nicht nötig. Du würdest das schon erledigen, wenn du wieder da bist. Die Kleine wartet auf dich, Mann. Also sieh zu, dass du endlich zurückkommst. Wow, die Wagen ist jetzt schon kaputt. Ich kann auch kämpfen, Junge. Was denkt sich dieser Seerfirot bloß? Sind alle Mitglieder von Soldaten so komisch? Und gibt es vielleicht auch blonde Soldatkämpfer? Nicht, dass es wichtig wäre, aber ich frage nur so. Träubt mich jedes Mädchen davon, in den Rot von einem blonden Soldatkämpfer beschützt zu werden? Da ich aber nicht länger auf meinen blonden Ritter im Glitz nach Rüstung warten kann, habe ich selbst mit Kampfsport angefangen. Mein Lehrer meint, ich werde ziemlich begabt. Sephiroth ist in der zweiten Rüstung, auf der Seite. Hallo Zack, ich habe gehört, dass du auf einen Einsatz mit Sephiroth bist. Wow! Jetzt kannst du endlich in Ruhe mit ihm reden. Das wolltest du doch, oder? Und Sephiroth, hilfspersönlich soll dich sogar angefordert haben. Da unsere wichtigsten Ersten fast alle von der Bildfläche verschwunden sind und auch Sephiroth nicht gerade dafür bekannt ist, sich gerne um Untergebene zu kümmern, würde es mich nicht wundern, wenn du uns in Zukunft anführst, Säk. Dein rascher Aufstieg ist wirklich beeindruckend. Sei dir meiner Treue auf ewig gewiss, Säk. Ach ja, bitte erzähl den anderen Beisoldaten nicht, dass ich mich nach einem blonden Soldatkämpfer erkundigt habe. Das bleibt unter uns okay. Die Untergrund-Passeg-Tür war unlockt. Vielleicht ging Sephiroth, wenn untergrund? Die Untergrund-Passeg-Tür war unlockt. Sarg-Schlüssel? Der Sarg-Schlüssel? Wait a sec. Der Sarg-Schlüssel? Ativate den Abenteuer. Oh ja! Der Abenteuer. Ergämmelt. Ergämmelt. Puh! Hmm.. Activating combat mode. Conflict resolved. Activating combat mode. Conflict resolved. It won't open. Activating combat mode. Here we go! This is gonna sting! Heads up! That's enough! How about this? Gonna love this! Conflict resolved. Oh yeah! It won't open. No! Who's that? It won't open. Fast asleep. I should probably leave him alone. Junge. Das war Vincent. Right? I should do it. Activating combat mode. Opa. Ups. Da wollte ich nicht lang. Schnell die Wunder fertig machen. Ich schreibe mich den ab. Ich bin nicht lang. Unser Mann war gerade woanders, so war es eine Höhehunger-Normarsch'in. Ein bisschen thermos. Aber ich in die Frage... Wer ist dieser Mann? Warum wäre er dort in der wenige Nacht? Können Sie das sein? Eine neue Wunder? Also der 6. Wunder ist eine alte Legende, die genannt wurde, die Schmerz in den Flamen. Aber ich habe jetzt keine weiteren Informationen. Entschuldigung, das ist ein bisschen schwer. Ich werde es ein bisschen mehr anschauen. Also, kannst du nur kurz halten? Also der 6. Wunder ist eine alte Legende, die genannt wurde, die Schmerz in den Flamen. Aber ich habe jetzt keine weiteren Informationen. Entschuldigung, das ist ein bisschen schwer. Ich werde es ein bisschen mehr anschauen. Also, kannst du es noch kurz halten? Warte. Ich glaube, ich bin ziemlich sicher, dass es so ist. Wir willkommen den Shinra-Army. Ich werde weiter progressieren. Und das werden wir machen. Ich werde noch nicht mehr verarbeiten, wenn ich mich auf ein bisschen spiele habe. Hier kann ich mich auf dem Schmerz in den Flamen. Ich werde noch eine moderne Runde. Wenn ich mich auf einmal von den Flamen. Wir werden es nicht mehr verrund. Ich werde das Wunder. Und hier kann ich mich auf einmal raus. Ich werde das Wunder. Ich denke, dass es in der Flamen ist das Wunder. Ich werde das Wunder. Wo bin ich mir falsch vermiss? Ich werde das blabende, ich denke, was mir sehr gut Keys predictable ist. Ab hier gibt es kein Zurück, ich sollte sicher gehen, dass ich alles erledigt habe, zum Beispiel unvollendete Mission. M-E-G-L, 9-13-1977, Jenova Project Approved, Mako Reactor 1 Authorized for Use. My mother's name, Jenova. The Jenova Project is a coincidence. Professor Gast, why didn't you tell me? Why did you die? Why did you die Schatztruhe? Betrug! Leave me be. From that day, Sephiroth shut himself inside Jinra Manor. And continue to review documents, like a man possessed. The lights in the basement never went out once. Am siebten Tag. Shit is going down. Und ich hab nicht die Schatztruhe da unten bekommen in diesem fucking Keller. My mom is still in there. Please, help her! It'll be close to zero visibility in there. Can I do this? My guess, I have about a minute. Eine Minute? Junge. Natürlich. Alright, wait here. I'm going in. Die Mutter des kleinen Jungs retten. Nutze deine Sinne, um dir den Weg durch die tobenden Flammen zu bahnen und die Mutter des Jungs zu retten, die im Gebäude gefangen ist. Okay, ich bin oben. What the fuck? Hab ich's geschafft? Your son is waiting outside. I'll get you out. You just need to hold on. Alright, warum mach ich da oben lande? I get stuck. Nein, 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 nein. Haha. ...gerettet! Mom! Mom! Thank you, mister. You saved my Mom. My treasure. Out of the flames. Mein Schatz. Ja, das ist das 7. und das letzte. Nein, das 7. Wunder kann warten. Du musst erst auf deine Mutter beobachten. Du bist richtig. Ja. Aber lass mich dir wiederholen. Danke, Herr Schatz. Du hast meine Mutter. Meine Schatz aus den Flamen. Danke, Herr Schatz. Anyways, shit is going down. Okay. Reunion. Reunion. Wie kannst du? Sephiroth. Wie kannst du? Tja. Das kann passieren, wenn man durchdreht. Danke. Sephiroth. Clouds still alive. That's fine. That's good, meine ich. Activating combat mode. Out of the way. Ah, ja. Da we go. Oh, yeah. Wo steckst du? Sek, wo steckst du nur? Sephiroth hat das ganze Dorf in Brand gesteckt. Tifa und ihr Vater sind los, um ihn zu stellen. Doch sie sind ihm nicht gewachsen. Du musst sie unbedingt aufhalten. Activating combat mode. I'm trying. Hier. Folger, 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 folger. Hey, Zeit. So los. 3. 3. Oh, yeah. Informjektivierung ist. Aggss, Captain Pharaoh. Ach, kein Jobétait zu dir. Sieg. Ja Ach, kein Jobét. Out of the way! Activating combat mode Bring it on Yo Ich habe einen Schatz 2 nicht bekommen Ich mach noch eine extra speicher unnötig Aber alles durch